So planen Sie Updates unter Windows 11. Aktive Stunden teilen Windows mit, wann Sie normalerweise an Ihrem PC sitzen. Windows verwendet diese Informationen, um Updates zu planen, und startet den Computer außerhalb der aktiven Stunden neu, wenn Sie den PC nicht verwenden. Um die aktiven Zeiten festzulegen, suchen und öffnen Sie die Windows-Update-Einstellungen auf dem Computer. Wählen Sie die Kachel Erweiterte Optionen aus. Wählen Sie die Kachel Aktive Stunden aus, um sie zu erweitern. Wählen Sie im Dropdown-Feld Aktive Stunden anpassen die Option Manuell aus. Wählen Sie die gewünschte Start- und Endzeit aus, indem Sie sie jeweils auswählen und die Zeit anpassen. Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Wiedergabelisten in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020